So, wenn die Hand nach unten ist, dann machst du die Augen auf, bist richtig frisch und wach. Hast du irgendwas Lustiges? Okay, denk an was Lustiges. Musst du nicht erzählen, worum es geht. So, wenn ich jetzt die Hand nach oben bringe, also du machst die Augen langsam zu, mach die Augen langsam zu. Unentspannen, unentspannen, tiefer und tiefer. Also das ganze Ding an dieser Übung ist, das ist genau das Ding von dem, was man normalerweise macht. Normalerweise, wenn die Hand nach unten geht, die Entspannung. Erstmal nach oben ist es ein bisschen komisch. Gut, und jetzt mach ich die Hand wieder nach unten und du machst die Augen wieder auf, wieder aufhauen. Genau, und du denkst jetzt an diese lustige Sache. Weißt du noch, was war das? Hast du das? Musst du nicht erzählen, aber hast du den? Hast du einen? Mach die Augen auf. Hallo. Ja, geht's dir gut? Okay, jetzt die Augen wieder zu und entspannst dich tiefer. Ich lasse jetzt deine Hand einfach gehen. Du suchst dir den Punkt raus, wo du meistens entspannt bist. Noch entspannter. Genau. Such einfach genau den richtigen Punkt, wo du richtig entspannt bist. Hast du den Punkt? Teste noch ein bisschen. Bleib ein bisschen dort. Fühl ein bisschen. Fühl den ganzen Körper zu entspannen. Genau. Und jetzt passiert folgendes. Wenn du deine Hand langsam nach unten bringst, diesmal bleiben deine Augen zu. Also entspannst dich noch doppelt so tief wie jetzt. Genau. Weit langsam, 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 langsam. Und lass die Augen zu und entspannst dich tief. Deine Augen bleiben und entspannst dich tief. 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 Und noch mehr loslassen. Und noch mehr loslassen. Tief. 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 Loslassen. Und loslassen. Tief. Und tief. Jedem Atem. Und so mit jedem Gnad. Und doch ist so tief. Du wirst dich so wohl. Sorg, Beborgenheit, Vertrauen, alles ist da. Genau. Und jetzt wieder von 3 bis 1. Und ich muss dich leider wieder zurückholen in die harte Realität. Aber du bist so verstärkt. So gestärkt. Sehr gut. 3. Du hörst meine Stimme lauter. 2. Du fühlst dir seinen Körper. Jetzt geht alles wieder in die ganzen normalen Werte. Aber du fühlst dich so gut. So wohl. Und 1. Mach die Augen wieder auf. Na. Wie kommt zurück? Gehts? Ok. Ja. Lassen Sie mir länger schlafen. Ja. Wie 600.